Die News aus der Stadt innerlige Zeit Nirun, Inkopolis, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Privatkämpfe der Folge 171, stimmt das? Und ja, wir machen heute einen Haufen Privatkämpfe, deswegen interessiert uns der Anfang eher nicht, also Heilbutthafen und Makerellenbrücke wäre halt für den Standardkampf und für den Rangkampf war eben diese beiden, was war das Ding, Kaban und Mahi Mahi, glaube ich schon und ja, ich mache jetzt heute mal ein bisschen, oh, neue Nachfrage, Ausgabe, okay, ich mache heute das Ding und wir sehen uns einfach dann gleich beim ersten Kampf. Das würde ich so sagen, also bis gleich. Ja, und dann passt das schon irgendwie. Sehr gut. Okay, da hat jemand getradet. Gegner ist schon mal hinten. War ja klar. Wenn man uns nicht tötet, dann wird das nichts. Okay, zieht echt nur korner auf mich. Sorry, Uwe. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, geh ich weit auf. Solange wenn da keiner dabei stört. Hallo. Ah, das ist der, ich weiß schon, wer das ist. Sehr cool. Ja, säubert dir das Ganze mal ein bisschen. Ich glaube, das ist besonders im, ui, Revierkampf sehr, sehr wertvoll. Wenn man da besonders in den ersten Minuten da säubert. Wie hast du das gemacht, Kröte? Ich habe doch die, du triffst, nein. Scheiße. Okay. Okay. Der Räumt lang. Ja, das war nicht so beabsichtigt. Wurscht. Da ein bisschen herum da. Dass vielleicht der Snapper-Kollege auch was vorstehen kann. Und jemand will mich töten. Natürlich. Das war noch kein Kill, klarerweise. Schau, Kröte, das kann ja. Das kann ja. Äh, muss ich doch aufpassen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Boom. Sorry, you are. Schon wieder. Okay. Nein, das war ziemlich deutlich. Holy shit, das war deutlich. Nein. Ist gut gelaufen für unser Team. Wahrscheinlich, weil wir drei Airbrush-Kop haben. Also für Revierkampf in dieser Map ist das schon ein bisschen overpowered. Gib ich zu. Gib ich zu. Wow. Okay. Na gut. Aber weitere Kämpfe werden natürlich noch folgen. Und ja, zum Einspielen würde ich jetzt einfach vorschlagen, das Ganze in Zufall ein bisschen zu machen. Und ja, so zwei Kämpfe noch. Und ja. Dann machen wir ernst. Aber zuerst warte ich noch auf den letzten Platz. Na gut. Aber der erste Kampf-Turmkommando in der Pina-Kolitik. Und ich habe einmal gedacht, ja warum die Schwe... Äh, Dack... Äh, Deko-Schwapper. Äh, Schwapper-Deko. Umgekehrt. Ja, genau. Äh, ist vielleicht eine gute Idee. Eben fürs Turm-Clearing und so. Ist das vielleicht gut. Ich muss mal laden. Und aufhauen. Oh, ey. Das war zu schnell. Justin. Ja, Justin hat glaube ich die gleiche Idee wie ich. Nur, dass er mit dem Ding geht. Das, was ich weniger verstehe. Ich habe eben die, ähm... Die Deko-Version wegen dem Ultimate. Ah, das killt mich. Man, was echt jetzt, Schwapper? Schon wieder? Das war in Range? Okay, jetzt Schwapp ist aber von oben weg. Nope. Ja, tja, geht durch. Sorry, Kröte. Und ich habe ein Ultimate. Joa, okay. Na, dann fahren wir. Das heißt, der Turm-Commando. Also müssen wir hin und wieder auch mit dem Turm fahren. Logischerweise. Okay. Okay. Wow, das ist doch noch lebt. Das ist die Frechheit. Geile Fights, Leute. Respekt. Oh ja. Das geht da hin. Das sind nämlich alle so gut. Das ist, das ist ein Wahnsinn. So leid muss ich erst finden, wie wir es so gut sind. Ui, ui, ui. Geh, fahr. Au, zu aggressiv. Zu aggressiv. Hilft nix. Werte gehen, werte gehen. Okay. Okay, äh, das ist ein freundlicher Sniper. Eben der Ellen. Ja, dann fahr ich halt nochmal. Ah, oder nicht. Oder nicht. Safety. Ups. Da will ich vorher nicht rennen. So ein Kehr zurück. Macht überhaupt nix. Ah, der Gegner ist gestorben. Okay. 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 Ah, nein, aber das Turmclearing geht relativ gut. Bin erstaunt. Ah, ist vorgeschwächt. Okay, jetzt nehmen wir. Okay, jetzt ist er tot. Arme Kröte. Okay. Das, glaube ich, ist auch keine schlechte Idee. Wenn man es haut. Ah, shit. Keine Tinte. Hä? Ach so. Dazu ist er immer. Juhu. Okay. Ich bin vorbereitet. Mein Finger ist scharf. Verdammten Knopf drauf. Okay, das war nicht einmal. Ah, ich will aber trotzdem drauf. Das ist mir gerade ein Anliegen. Ah, das war prediktet. Da hilft es nix. Und wir bauen die Führung weiter aus. Ui. Geh fahr. Okay, mit dem hohert es nicht wirklich gerecht. Muss ich ja nicht zücken. Okay. 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 Schwabber ist verdammt gut für Pinakolitik. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Verdammt gut. Holy shit. Und Turmkommando in generell noch. Wahnsinn. Wahnsinn. 10-6. Kaugo. 14-4. Ja, bist du des Wahnsinns. Und dementsprechend machen wir jetzt auch weiter mit unserer Übungssession. Eben im Kofferfischlager. Und ja, ich bin nämlich mein Platscher ist eh unterwegs. Ich muss üben. Ganz viel üben. Und dementsprechend mache ich es mit meinem Platscher. Schauen wir mal. Justin ist im Team. Kaugo und der Random Kai. Okay, okay. Ja, werde ich gehen. Hopp. Okay, komm. Ah, dang it. Falsch ausgeglichen. Aber ich habe einen gekillt. Ist das so ein Anfang? Fragezeichen. Einer reicht mir nicht. Ich muss zwei killen. Wenn ich selbst draufgehe und daraus kein Teamvorteil dabei entsteht, dann muss ich zwei killen. So ist das, dass das Karko oder... ...go...go das Stink-Skin. 9 Weil mir plötzlich jeder ignoriert Ja, ja, mach ich mal, der geht so schnell Ignorieren spürt sich nicht Ah, schlechte Entscheidung, dass ich da auffüge Sehr schlecht Ah, hilft nix Ich hab auch ein Hero-Play gemacht Obwohl das nix mit meinem Platscher zum Tor hat Das ist Ärger Schluck auf Der Ärgerliche Okay Mehr haben das Ding Wo sahen wir gerade? Ah Ah, komm gar nicht auf für Ah, was war das? Ähm, der war gut Der war gut Glaub, der hat auch jetzt eh ein Double gemacht Glaube ich Okay, nehmen sie es Ja, war klar Sorry, Jua Na Ich wollte mich mehr umschauen, was gerade so abgeht, aber War wohl nix Uh, da ist der Hydrant Und Nein, ich will abhauen Na, ich will gar noch abhauen Wenn sich das ausgegangen wäre, dann Wäre das glaube ich gut gewesen Schade Weißt was, ich färb da ein bisschen ein Und Unterstützt dann mit Ja, ich weiß schon, was ich mach Ich Vom Schürzen her Habe ich wenig Chancen Weil sie Outrangen mich Und so gut bin ich jetzt auch nicht Mit meiner Waffe Weil Ich möchte Das Ding da Beim Vorstoß Abfeuern Also mein Ultimate Schaffen wir das Einfach vier Jetzt ist der gute Zeitpunkt Einfach vier Okay War wohl nix Ah, das war knapp Schaut Grotten in der Hände dazu Jetzt probiert Der Före werfen Der Werfen wir echt nicht Für mehr Na gut Äh Ja Es läuft Fragezeichen Interessant So Ich spreng das mal Wart schon wieder Disconnect Nein, nein Ich bin nicht da Ich bin nicht da Oh fuck Oh fuck Joa, sorry Oh fuck Nein Ich bin nicht da Sterben Für zu schwer Okay Äh Sehr schräger Kampf Muss ich ehrlich zugeben Der Vorstoß von mir Der Der war cool Aber normalerweise Kann man den aufhalten Ich hab mich jetzt nicht so unbedingt gut gemacht Oder Oder hab ihn gut gemacht Vielleicht hab ihn gut gemacht Justin, was ist das? 23 Was ist das? Aus dem Disconnect Könnte gehen Aber Ja Wir sind wieder zurück In der Steinkühlergrube Ich bin noch immer mit meinem Disperser unterwegs Und hoffe, dass ich da Ein bisschen Chaos verursachen kann Mit dem Teil Und ja Werd schon laufen So Der Rest will er sich freunden Okay Das war eine Krüte Und ich hab Gegner gestört Beim Vorrücken Was mein Team Für Position wieder zugute kommt Ja Nein Ich glaub das war sogar gut Nein Hätt ihn gekillt Dann war jetzt Das Herrschaft Schade Aber meine Kollegen Positionieren sie gut Okay Ich warte jetzt bis das Bis eingefärbt wird Oder auch nicht Okay Herrschaft Auch wenn nur für Ganz kurz Es war Herrschaft Es war Herrschaft Das ist Da darf ich nicht Aufreffen Das wäre Weniger cool Dass ich nicht Gescheit triff Das ist die Frechheit Aber Nein Er dachte Es wäre Ein bisschen Und ein bisschen Irgendwann Irgendwann Ist er auch Ein falsches Schisser Irgendwann Ah, zu spät. Ich hätte vorn in die Zone eigentlich. War, glaube ich, das gescheiteste Kling? Ah, das muss ich noch lernen. Das muss ich noch lernen. Ui, ui, ui. Gefährlich. Ui, ui, ui. Nein, bin nicht da. Das bin nicht da. Oh, was ist das Dodo? Finst du? Double! Triple! Oh, ja! Ich war vorgeschwächt ohne Ende. Aber, wurscht. Ist es lauft? Fragezeichen? Na, nicht gut. Gegner? Gegner? Frische Herrschaft? Echt jetzt? Oh, da kann man die... Die... He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he. Scheiße! Okay. Ich probier von außen. Das war's. Ah, okay. Ich glaube, ich hätte mein Ultimate aktivieren sollen. Wie funktioniert das? Das Kleidungsstück viermal die Silver Power. Äh, entweder... Ja, also... Von der offiziellen Seite sollte es pures Glück sein. Das Blöde ist nur... Tatsache ist, bei den meisten ist es nicht Glück. Bei den meisten ist es kein wirkliches Glück. Woppa, Deckung. Leer. Und ja, die... Wenn ich mir das... Safe Scumming, genau. Das ist das. Das ist ein neues. Oben warten. Gegen die Gewissen. Okay. Ja, Glück und Safe Scumming. In den meisten Fällen. Äh, ich muss noch selber mich informieren, wie das funktioniert, aber... Ja. Ich hab gehört, dass man dafür einen Haufen, ähm... Haufen Geld schon im Vorhinein braucht. Also, werde ich das so nebenbei machen. Und 16? Nein. Oee. Okay, unser Team war auch verdammt gut. Alles S plus und ein S. Also, das ist... Also, das ist... Das ist gut. Okay. Wir sind wieder zurück. Und das ist eben der letzte Kampf des heutigen Tages. Wir haben da immer drei gegen vier. Wie im letzten Kampf. Und... Ja, schauen wir mal, ob der jetzt besser wird oder nicht. Weil, ja, es ist... Es ist brutal. Es ist brutal. Wir hätten den letzten fast gewonnen. Echt jetzt. Das war voll cool. Was? Warum haben wir da nicht zurückbewegen können? Wegen dem kleinen Ding da, oder was? Das lässt mich nicht zurückbewegen. Okay, wir haben die Herrschaft. Kröte. Sorry. Okay. Das kann ich nicht zulassen. Ich habe mich verzüht. Scheiße. Ich habe mich verzüht. Okay. Kaugo. Was macht der da gerade? Achso. Ich will sein Ultimate. Natürlich. Schon wieder... Ah. Ich habe Kröte killed. Aber... Jetzt überinnern sie uns. Auwe. Schaut nicht gut aus. Ähm... Was machen wir? Ganz außen? War das gerade zufällig? Oder... Absicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das ist. Ja, was ist los? Rennen rundherum. Macht überhaupt nichts. Nehmen wir mal halt die Herrschaft. Wenn jeder rundherum gehen möchte, ist das okay. So. Ich habe aber jetzt einen Plan, dass ich so ruhe. Dann ein bisserl harassen. Na und dann... So. Oh ja. Ah, ding it. Hinter uns. Ja, hat sich gesehen. Sehr gut. Oder sie? Ah. Leia hat es gesehen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Wollt mich da schon jemand töten. What? Trifft einer. Ah. Hätten mich mehr bewegen sollen. Nicht gut. Wir sind alle tot geworden. Das heißt, sind niemand die Herrschaft? Nein. Ja. Doch. Scheiße. Okay. Dump. Was? Was hat mich... Ah, ein Snapper. Okay. Ich habe mich gerade gewundert. Was habe ich gerade gekillt? Bei einem Freund kommunikieren. Nicht, dass ich wüsste. Das war eine neue Mechanik. Friendly Fire. Das war mal was Witziges. Die Bombe habe ich gesehen. Sorry. Nein. Was war das? Schon wieder ein Snapper. Haftbombe? Wo war ich? Okay. Ein bisschen einfärben, dann haben wir die Herrschaft. Nein, doch nicht. Dang it. Nein. Ein Kill. Der hat einfach draufballern sollen, oder nicht? Ach, den geht. Ein Springer ist eine Kooperation. Beide fix weit fahren. Ah ja, warte. Dann Gang. Gang. Nice one, Kogor. Wollt gerade helfen. Muss mich laden. So stirbe ich noch. Schützfülle. Ah, fuck. Ich habe noch eine Exigenwurz. 15 ÖF. Echt jetzt? Ah, das ist nicht gut. Okay, auch letzter Versuch. Okay, jetzt die Tone halten. Bis in alle Ewigkeit. Okay, das war's. Das war's. Ich hätte nicht sterben sollen. Dang it. Ja, ich habe noch viel zum Lernen. Ich weiß sie. Aber genau für das sind eben die Streams da. Und dementsprechend bedanke ich mich bei euch allen fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal. Wenn du wieder hast, Splatoon Online Privatkämpfe, darf man das so sagen. Und ja, war mir eine Freude, wie jedes Mal. Und fiat think. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank.